mit einer herzlichen so kommen wir zurück zu star wars die die vollen order ja wir wissen ja jetzt die dritte gelöst haben ich habe jetzt ein bisschen ausprobiert und auf der anderen seite so erstmal jetzt das ding überladen nämlich ich brauche etwas hilfe und da müssen wir das ding anhalten so dreht sich jetzt jetzt wie verarschen du sollt springen ich habe auch gesagt vorfeld wer es nicht ansehen so und jetzt können wir genau da endlich richtig geschafft ich bin da hoch du froh so die zelten wir brauchen die wookies um es zu beenden ich habe mich los 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 fick ja auch Scheiße, ja, ich hab auf Medipack achten sollen. Bis bald. Äh, äh. Will sie verarschen? Ist mir egal, aber sie haben sich alarmieren schnell vermisst. Jetzt sind wir nicht genau hier, Alter. Toll, diesmal wissen wir es ja wie es geht. Du wirst bluten. Verdammt, zieht die Köpfe ein. Was für ein Verräter, Junge. Ich bin ein Idiot, Junge. Der Schenk ist. Nimm das! So, langsam! Ich werde dich in Streifen schneiden. Alter, willst du mich verarschen? vielleicht. Wir haben den noch ab plattgekriegt. Wenn der noch sein Leben noch wieder hat, alter, guck es den. Boah, jetzt stirb doch einfach, du Hurensohn. Ich kann bald nicht mehr spenden mehr, oder? Boah, endlich. Da gibt es so ein Scheiß, aber. Oh, ich will den ganzen Kack normal machen. Och, nö. Och, nö. Einfach nö. Mit Dank zurück. Ja, klar, danke. Ich bin doch im Arsch, alter. Ihr Pisser. Vor allem, jetzt sind auch die wieder da. Och, ich krieg einen Affen hier, ey. Oh, willst du mich verarschen? Und schon wieder, ich krieg einen Affen. Ja, das springt. Deine Bemühungen sind nutzlos. Ich muss dich nur konzentrieren. Ich brauche ihn zu dir. Ich brauche ihn zu dir. Nicht nur an, guck mal hochspringen, Rubel. Soll das irgendein Trick sein? Du, du solltest nicht hier sein. Ja. Okay, erst mal den Huren so untertöten. Der eingebombe hat ihn gestickt, alter, geil. Feuer! Sie konnten dich nicht besiegen. Ich kann es! Ich glaube, ich bin fertig. Ich glaube, ich bin fertig. Ja, aber ich bin fertig. Ich bin fertig. Das war noch längst nicht alt, glaube ich. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig und alleikte Öl. Das war sugar. BD1? Wollt ihr nur mal hören? Nein, Alter! Kann auch noch mehr passieren. Geh hier lang. Achso, ja. Ich habe den Klammer, aber wirklich... Ich habe den Klammer gebeten. Ich habe den Klammer gebeten. Ich habe den Klammer gebeten. was ist das denn hier ich kann gar nicht hinsehen ich kann gar nicht hinsehen mal reif machen wir haben zu wenig feuerkraft für den rumpf dabei für mich ist ein behindertes ding der fickt mich doch junger bist du bescheuert da war es noch nicht auch ein stimmst schafft Alle mal zuhören! Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren. Freunde, Familie an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache! Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten ein Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Kerl, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choisek. Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choisek sagt, er hilft dir damit du Tafel findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Schiff. Für die Sache. Mehrere Einträge. Oh, jetzt können wir uns zum ersten Mal das Ganschip angucken mal. Krass. Jetzt sind tatsächlich hinten eine Kanone dran. Ich weiß nicht warum, ich mag einfach so welche Sachen. Einfach so alte Schiffe oder so. Oh, sieht ganz cool aus. Kann man machen. Okay, gut. Ja, dann sind wir hier wohl fertig. Da können wir nichts machen. Also einfach jetzt hier durch, oder was? Gehen wir, BD1. Was? Was? Ähm. Ähm. Hehehe. Ich weiß nicht, wo wir lang kommen. Machen wir wie, äh, ein Tor. Einfach durch die Mitte. Schade. Schade. Die haben sie ja auch richtig geil ungefärbt. Ich finde, Adel ist ganz schön aus der Republik. ganz cool. Hm. Ganz cool. Hm. Ein Typ, können wir nichts machen? Ja. Du kennst Taful? Mh. Er gehörte zu Tafuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Mh. Seine Rettung war für Taful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Mh. Scheussik hilft dir Taful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viele unterwegs. Mh. Mehr will ich gar nicht. Danke. Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Aha. Okay. Aber. Hier sind Speicherpunkten. Hier haben wir nicht. Ich weiß sie ja eigentlich. Ich hab die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Sephograph finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Und das ist ein Fahrradstuhl. Denkst du zwar und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv was? Hey. Danke. Achso. Wir sind wieder zurück. Ja. Dann. Die haben zwei Gun Chips. Hier rüber BD. Ja. Dann würde ich mich mal bei der Mantis verabschieden. Von dieser Folge. Und ja. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ja. Man sieht sich dann wieder. Euer Betal der LP. Ciao mit Frauen. Möge die Macht mit euch sein. Da geht es schon mal. Also gehe mit euch. Ich bin fast ein.